Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen MakerDrake Server News. Wir haben Probleme gehabt mit dem Hexit Server, dafür habe ich auch vorhin noch ein Video gemacht, das werde ich da noch verlinken unten in die Videobeschreibung, dass Hexit einfach, ja, vor allem wegen dem Meteor Mod und wegen dem Rinse Mod einfach den Server manchmal zum Überlasten bringt. Und dann habe ich die besten Server-Spieler dazu aufgerufen zu wünschen und es war mit 2 zu 1 eigentlich ein klarer Entscheid mit B-Team. Und jetzt haben wir Attack of the B-Team drauf, das könnt ihr auch auf dem Technic Launcher runterladen und einfach die recommended Version nutzen, also die 1.0.12, glaube ich sogar. Und, ja, für alle Leute, die nicht weitlässig sind, dann, ich habe viele rausgeworfen wieder, schreibt kurz mir nochmal seine E-Mail und schreibt euch auch bitte, dass ihr euch benehmt und am besten, ja, dass es nie dazu kommen wird. Ich kann immer wieder, wenn es Probleme gibt, kann ich immer wieder für euch, ja, das in Ordnung bringen. Ihr könnt mit mir reden, ich bin sehr, sehr neutral, also ich werde euch nicht irgendwie dann plötzlich schlechter reden oder sonst irgendwas. Und bevor ihr dann anfängt zu griefen, jemanden zu töten die ganze Zeit oder sonst irgendwas, redet lieber mit mir, ich rede da mit dem anderen und das läuft eigentlich immer gut. Aber was nicht gut läuft, ist dann für den Griefer, der wird gebannt, der wird von der Whitelist gelöscht und eventuell kommt er gar nicht mehr auf den Server, aber ich werde dann immer wieder Backups laden, also es bringt überhaupt nichts, etwas Böses zu machen auf dem Server. Das ist ein netter Server, das ist ein Server, wo man richtig gut mit Kollegen zusammenarbeiten kann, arbeiten kann im Clan-System und dann gegen andere Clans in den Krieg ziehen, wenn ihr dann alle damit zufrieden seid. Also eben, wenn der Clan halt Krieg hat, in dem ihr seid, dann solltet ihr am besten einfach in neutralen Wohnungen ziehen oder leben, weil sonst könnte es auch sein, dass ihr gegläft werden. Aber hauptsächlich ist es eben, wenn ihr in einem Clan seid, dann müsst ihr damit leben. Wenn ihr nicht Clan-Gebäude baut und so Sachen, dann passiert euch natürlich nichts. Aber wir wollen einfach, dass schon Gebäude gebaut werden, wo ein bisschen etwas mit Krieg zu tun hat und da nicht plötzlich alles im Clan-Gebiet voller neutraler Gebäude ist und so weiter. Das hilft dem Clan nicht, das hilft dem Server nicht, das hilft euch nicht. So, also weiter. Der Clan, ja, der Server im Attack-of-the-B-Team ist ein relativ leichtes Modpack, hat zwar Mods, die ein bisschen helfen wie der Moth-Mod, da müsst ihr einfach dann immer wieder umwandeln euch. Am besten geht ihr einfach am Anfang, sobald ihr ein Schwert habt, so viele Monster wie möglich töten, damit ihr euch nicht immer wieder umwandelt. Und wer sich damit auskennt, der kann ja kurz irgendwo hinschreibt, am besten ins Forum, wie das geht, dass man sich nicht mehr verwandelt die ganze Zeit. Das kann man irgendwie ausschalten, aber ich weiß nicht genau wie. Und eben, Forum ist dafür da, um euch ein bisschen zu unterhalten, euch ein bisschen, ja, dort werden die Kommentare nicht so gelöscht wie hier. Hier wird irgendwann der Chat, ja, alles verschlungen haben und so weiter. Dafür müsst ihr euch einfach kurz anmelden dort, aber müsst die E-Mail natürlich nicht bestätigen. So, eben, wenn es Probleme gibt, ist die E-Mail dracobasel.gmail.com zuständig und bald gibt es eine Servervorstellung und ein Let's Show. Ich werde kein Let's Play jetzt gerade hier machen, weil ich ja auch eigentlich Hexit Let's Playen will. Das ist einfach mein Lieblingsmodpack und deshalb ab und zu gibt es irgendwas zu machen. Da werde ich irgendwas zeigen und werde auch die Gebäude noch ein bisschen besser vorstellen, abseits von der Servervorstellung und mit dem Clan irgendwas machen oder, ja, alles mögliche. Also es gibt viel zu tun hier auf dem Attack of the B-Team. So, also, für die Stamm, also die, die immer drauf kommen, die dürfen gleich rein. Für die anderen nochmal so eine Bewerbung kurz, eben, dass ich einfach, dass ich euch glauben kann, dass ihr keinen Scheiße macht und ich werde neue OPs einstellen. Denn der eine ist jetzt Kubonello geworden und, ja, der wird sicher auch sehr viel machen können, damit wir hier in Ruhe etwas machen können, auch das Clan-System vorwärts bringen können und so weiter. So, also, das ist das Infovideo, das jetzt der Attack of the B-Team-Server online ist und alles Weitere kommt dann nach und nach. Ich danke schön, ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Drago Basler. Tschüss! Tschüss!